Applaus Ich weiß nicht, dass es bei jedem und jeder Familie auch irgendwie anders ist. Ich habe jemals früher als Kind immer eigentlich sehr schöne Weihnachten gehabt mit meinen Eltern. Wie es so ist, die Großeltern kamen dann auch dazu und sowas war wirklich wunderschön. Sehr schöne Zeit für uns Kind. Ich habe dann auch schon mal eine Blockflöte gespielt. Diese Situation, die ja oft so dann im Nachhinein romantisch verklärt, darüber musste ich irgendwie was schreiben. Ist mir eingefallene Titel, wenn der Winter kommt. Woooo! Applaus Das ist mir eingefallene Titel, wenn der Winter kommt. Wenn der Winter kommt und Kristalle blühen, wird der Glatz in der Nacht vermutlich bewacht. Das ist mir eingefallene Titel, wenn der Boden gefriert und das Leben verliert. Das ist mir eingefallene Titel, wenn der Winter kommt. Das ist mir eingefallene Titel, wenn der Winter kommt. Das ist mir eingefallene Titel. Das ist mir eingefallene Titel. Untertitelung des ZDF, 2020